Servus zum dritten Teil meiner Serie zum Thema Social Engineering. Wie gehen Betrüger vor, um an wichtige Informationen zu gelangen? Wie läuft das Ganze eigentlich konkret ab? Mehr dazu nach dem Intro. Wenn du dich und deine Lieben über die unterschiedlichsten Betrugsvarianten informieren und damit schützen willst, dann lass gerne ein kostenloses Abo mit Glocke da und zieh dich auf meinem Kanal um. Jetzt aber rein ins Video. Im Folgenden zeige ich dir die häufigsten Social Engineering Attacken, die dir online und offline begegnen können. Mit dieser Taktik werden potenzielle Opfer zur Preisgabe vertraulicher Informationen gedrängt. Mit Social Engineering erzeugen die Täter ein Gefühl der Dringlichkeit, um dich zu nötigen, ihren Forderungen innerhalb kurzer Zeit nachzukommen. Manchmal lassen sie auch etwas Zeit verstreichen, um Vertrauen aufzubauen. Es ist nicht leicht, diese Art von Social Hacking zu identifizieren. Du solltest dir jedoch bewusst sein, dass du immer das Recht hast, die Identität von Personen in Frage zu stellen, die sich als Organisation oder Autoritätsperson ausgeben. Beim Ködern werden Menschen mit einem unwiderstehlichen Angebot in die Falle gelockt. Geschädigte finden dann später heraus, dass es sich um ein falsches Versprechen handelt. Online-Köder werden oft in Form von verführerischer Werbung oder Angeboten ausgelegt, die zu gut sind, um wahr zu sein. Zum Beispiel ein Link, mit dem du eine ganze Serie kostenlos herunterladen kannst, oder ein auffälliges Pop-Up-Banner, auf dem behauptet wird, du hättest Geld gewonnen. Faszinierend Fishing ist heute eine der gängigsten Betrugsarten. Ihr Erfolg hängt in hohem Maße von Social Engineering Strategien ab. Mehr über Fishing und wie du dich davor schützen kannst, erfährst du in dieser Miniserie. Also abonnieren mit Glocke nicht vergessen, dann verpasst du keine Folge. Bei dieser Methode versprechen Kriminelle im Austausch für deine Daten eine Gegenleistung, zum Beispiel eine Dienstleistung oder materielles. Oft nimmt eine Person, die sich als Mitarbeiter eines technischen Kundendienstes ausgibt, Kontakt zu dir auf, um ein angebliches Problem zu beheben. Mit etwas Glück erwischen sie tatsächlich jemanden, der mit technischen Problemen zu kämpfen hat, greifen auf dessen Computer zu und stehlen persönliche Informationen. Kannst du dir eine bessere Form der sozialen Interaktion vorstellen als eine Nachricht, die dem Anschein nach von einem engen Freund stammt? Dies ist tatsächlich eine beliebte Methode, mit der E-Mail-Konten gehackt und dann Spam-Nachrichten an die Kontaktliste einer Person gesendet werden. Solche Nachrichten enthalten in der Regel eine auffällige Betreffzeile wie Schau dir mal diese coole Website an oder verweisen auf angeblich beliebte Social-Media-Plattformen. Wenn der Empfänger davon ausgeht, dass die E-Mail von einem Freund versendet wurde, wird er dem Link vermutlich begeistert folgen und auf eine betrügerische Webseite umgeleitet. Auch in diesem Fall können von der Zielseite persönliche Daten gestohlen oder Schadsoftware heruntergeladen werden. Ich hoffe nun, dass dieses Video ein Stück mehr geholfen hat, Betrüger auszubremsen. Schau dir auch die anderen Teile dieser Serie an und vergiss nicht, dass ich regelmäßig über die unterschiedlichen Betrugsvarianten berichte. Also bleib mir treu und teile meine Videos, damit wir auch andere vor Schaden bewahren können. Pass auf dich auf und Servus bis zum nächsten Video.